Hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Teil von Lebensweisheiten. Diesmal mit dem Thema Nichts. Zum Nichts gibt es nicht viel zu sagen, und wenn man es auf Dauer ist, stirbt man. Muhahaha. Zudem ist es nahezu unmöglich, dass in einem Raum nichts vorherrscht, nichtmals im Vakuum. Somit ist nahezu Nichts nichts. Bis zum nächsten Mal euer harter Spelless. Ich hoffe es hat euch nicht gefallen. Also gebt mir einen Daumen runter. B.S. eure Videos sind schlecht. Muhahaha.